Der asozialste Typ im Internet. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Two Bored Guys. Das Video heißt Der asozialste Typ im Internet. Ich hab mir letztens im Stream hier auf Lustig mal Playboy51 von damals und Asi-Toni haben uns ein bisschen reingezogen und haben uns schlapp gelacht. Und dann hab ich heute auf YouTube ein Video entdeckt über den Guy. Und das ziehen wir uns jetzt rein auf entspannt. Mal was ganz anderes. So ist jetzt keine miese Schwurbelei oder irgendwelche Verschwörungstheorien oder so, sondern einfach nur, ja, ein bisschen Entertainment. So, ein bisschen was zum Lachen. Mal gucken, was hier erzählt wird. Ich bin gespannt. Wir gehen rein in den Peter. Ich liebe euch. Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Und los. Es ist das Jahr 2006. Die Deutschen feiern ausgelassen ihr Sommermärchen. 2006, Digga, guck mal, das kommt mal. Krass, ich bin einfach alt, ja. Ich bin einfach alt, Bro. Ich weiß noch, 2006 habe ich das gleiche gefühlt, wenn ich Bilder aus den 90er Jahren gesehen habe, wie was ich jetzt fühle, wenn ich 2006 sehe. Es gibt noch kein Facebook oder Instagram, keine iPhone. Bruder, das war noch eine normale Welt, ja. YouTube ist gerade mal ein Jahr alt. Ein Vollasi namens Tony beschließt, ein... auf der Plattform hochzuladen. Er weiß nicht, dass sein Werk eine ganze... Bro, wüsst ihr doch, wie YouTube damals aussah? ...für immer verändern wird. Seid mir nicht böse und dann gehen sie fremd. Ich weiß es doch. Ich habe schon so viele Weiber... Vollasi-Tuch... Die Wahrheit geht viral. Innerhalb kürzester Zeit schauen sich Millionen von Menschen sein Statement zu Frauen an. Shoutouts gehen raus, Digga, der Tony, Bro. Hat der eigentlich noch mal irgendwas danach gemacht, so? Mit dem müsste man eigentlich mal einen Talk machen, jo. Ich schwöre dir. Damals war das halt noch nicht so, Alter. Hätte ich damals schon mehr geschaltet, so, dann hätte ich direkt mit dem einfach einen Talk gemacht, so. Stell dir mal vor, du machst kurz danach einen Talk mit dem. Das wäre viral seinem Vater gegangen. Ich kann nicht behaupten, dass ich einen Hassofrauen habe, aber die sind so billig, da muss man drüber reden. Viele verabscheuen seine frauenverachtenden Aussagen zutiefst. Andere feiern den Kultproleten für seine authentische, oberkörperfreie Performance vor einer verwackelten Kamera. Das ist halt so plump, so ein bisschen assi, wie das in der Gesellschaft, glaube ich, nicht so gut ankommt. Aber ich sag mal so, als Frau sagt er schon viele Sachen, die wahr sind. Krass. Wifi-Material. Ob. Safe. Sexist oder Visionär, der Vollassi wird ein nationales Meme. Er fängt an zu rappen, verkauft Merch, wird in Dokus gefeatured und interviewt. Guck mal, habe ich gar nicht mitbekommen. Dazu entstehen unzählige Tracks, in denen die Wahrheit geremixed wird. Die stinken wie die Sau. Ich schmisch nicht. Kriegst du voll die... Das kannst du keinem antworten. Im Prinzip ist es so. Doch hinter Tonis Erfolg steckt mehr als nur die Proleten-Mentalität. Der selbsternannte Vollassi war ein Vorbote für Internet-Trends und Phänomene, die bis heute andauern. Ist so, Digga. Ist so. Das war der Andrew Tate von damals quasi so. Weißt du, wie ich meine? Das Ding ist halt, der hat teilweise Dinge ausgesprochen, die in vielen Männern schlummern. Weißt du, wie ich meine? Aber schon damals sich keiner getraut hat, die Sachen so richtig auszusprechen. Weißt du? Ist halt einfach so. Weil du halt als Mann, wenn du solche Sachen sagst... Ich sag jetzt nicht, dass 1 zu 1, dass man das so ausdrücken sollte wie er so, ne? Aber man muss ganz klar sagen, dass teilweise, was der da sagt, da ist auf jeden Fall ein Prozentteil Wahrheit dran, was der da verzählt so. Und ja, wir sind halt in eine Gesellschaft mittlerweile noch extremer gekommen. Also heutzutage würde sowas nicht mehr gehen. Denn heutzutage wirst du, glaube ich, direkt verklagt werden, wenn du so ein Video rausknallst. Aber Hardcore. Überall. ...kultigen, polarisierenden, fragwürdigen Personen, die ohne erkenntlichen Grund berühmt werden und sexistisch im... Ey, Matteo, Digga, ich küsse deine Herz, Bruder, bester Mann, ja? Das ist mein Homie hier, Digga, den habe ich kennengelernt in Tulum. Wir sind immer noch in Kontakt, der hat ein Kind gekriegt und so. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen mit dem noch geredet. Bruder, wie jetzt, die bauen den damit ein? Was? ...währenden, fragwürdigen Personen, die ohne erkenntlichen Grund berühmt werden und sexistisch im Gedankengut, das bis heute im Internet kursiert. Sexistisch im Gedankengut, siehst du? Da siehst du schon, wie das geframed wird. Matteo ist G. Der ist überhaupt nicht drüber, der ist überhaupt nicht frauenfeindlich, meiner Meinung nach. Einfach nur Truth, Bro. Krass, Alter. Ein Wunder, dass die mich nicht einblenden hier, wa? Als Mann, egal wie das was, was verkehrt. Ich habe dem Wort Asi noch so ein bisschen Flavor gegeben. Die. Hehehehe. Heine Sau, da muss da rein. Den Erdbeer-Touch. Hätte heute ein Millionen-Business. Das ist er, das ist der Mann fürs Leben. To the gods. What I do, things I have. Bruder, der hat aber dann den Vibe verloren, ne? Fett geworden, Digga, dies, das, bla. Vorher war der fresh bisschen. Guck mal. Der Touch. Hätte heute ein Millionen-Business. Das ist er. Nee, Bruder, der Vibe ist hier weg. Da ist der Vibe weg. Bist du mal fürs Leben? Two, four, gods. What kind of things that he has, when I find I know he's met me to stop. Oh, come for the please that he's that. Der Vollassi erobert das Internet. Toni kommt, natürlich, aus Offenbach. Ohne ... Nee. Ey. Blubbschluss und nach einer abgebrochenen Ausbildung zum Kfz-Mechaniker arbeitet er 2006 in einem Wettbüro. Prototyp, Diggi. Als er seinen Clip online stellt, versteht noch niemand das unglaubliche Potenzial des Internets. Ist so. Ist so, Digga. Das war noch crazy damals. Ich glaube, ich habe das sogar im Internet-Café zum ersten Mal gesehen. Kein Internet zu Hause gehabt und so, weißt du? Wo bist du mein ... Mein Sonnengeil. Sonnenlieb. Digga, einfach krupp-tickern, broder. Die Haare, bro. Oh, eddy, super Mist. Ey, warte mal. Wer von euch kommt aus dieser Zeit? Mach mal eins in den Chat. Eddy. Was braucht ein Video, um viral zu gehen? Wie provokant, edgy und polarisierend muss es sein, damit Leute drüber reden? Toni beherrscht diese Regeln scheinbar wie im Schlaf. Ein Kumpel von ihm hält die Kamera drauf und Toni holt den brutalsten Vollassi tief aus sich heraus. Ich f*** die Mütter, die geschieden sind, die Kinder haben, ich f*** sie, wie sie es brauchen. Wie das als Mann macht, machst du es verkehrt. Schön die Alte weghauen. Bam, ba-bam. Lassi Toni zieht oberkörperfrei auf irgendeiner Couch liegend zehn Minuten lang extrem vulgär über Frauen her. Zehn Minuten lang kann man ihm dabei zusehen, wie er scheinbar er selbst ist. Ob er es wirklich ernst meint, lässt er offen. Das Video ist natürlich absolut frauenverachtend und respektlos. Das war es auch damals schon. Für viele gilt das Internet in den 2000ern aber als eine Art rechtsfreier Raum, wo alles durchgeht. Geil, Digga. Da war Internet noch free. Ja, heute immer noch so, war damals aber noch viel krasser. Es gibt zu der Zeit absolut keine Regeln dafür, was online gesagt werden darf und wie man damit umgeht. Die Plattformen selbst lassen so gut wie alles zu. Deinen Ü50-Zuschauern wird das nicht gefallen, Leon. Egal. Lovelock ist Lovelock, weil Lovelock Lovelock ist, weil Lovelock ist ja schon Lovelock. Der wilde Westen, als Toni seinen Clip hochlädt. Sein locker Room Talk muss nicht... Bruv, im deeperen Sinne geht es hier um Freedom of Speech so. Weißt du, wie ich meine? Damals konntest du noch so ein Video machen. Ey, bro. Wer sich davon angegriffen fühlt, wer sich davon angegriffen fühlt, das ist dem sein Problem und nicht Toni sein Problem im Endeffekt, weißt du? Ich sehe das wirklich so. Wenn ich jetzt ein Video mache hier und voll durchdrehe und irgendwas erzähle und dann sich Leute davon angegriffen fühlen, ist das doch nicht mein Problem. Oder nicht? Sei ehrlich, Digga. Ist das mein Problem oder ist es deren Problem, die sich davon angegriffen fühlen? ...hinter geschlossenen Türen stattfinden. Plötzlich kann ein Millionenpublikum dem Vollasi bei seiner Analyse des weiblichen Geschlechts zusehen. Nichts ist zensiert, alles ist roh. Und dann verlieben die sich, die sind so blöd. Oh, das ist er. Das ist mein Traum, Mann. Der ist so geil. Oh, das ist er. Der ist so geil. Einer der unzähligen Reaktionen. Bruv, ja, ich sag dir ehrlich, wenn du nicht, wenn du nicht auf die Wortwahl zu krass achtest und mal einfach hinhörst, was er im Kern eigentlich versucht zu sagen, so könnten Mädels sogar davon lernen. So. Verstehst du, was ich meine? Das ist genauso, also die Leute fucken sich immer auf die Art und Weise ab, wie man Dinge sagt. Und, 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 und konzentrieren sich nicht darauf, was eigentlich gesagt wird, so. Weißt du? Kurz von 2010 hat aktuell über 8 Millionen Aufrufe. Ja, indem Tonis Kunstgriff online gestellt wird, haben Coldmirror, Alberto, Gronkh und Alexi Beksi gerade ihre Kanäle gegründet. Krass, man stellt dir mal vor, du hättest damals schon Reaction drauf gemacht, so aufentspannt. Hatten quasi eine Follower. Das Video des Vollassis überschattet sie alle. Er wird zum Ursprung zahlloser Memes. Von den einen wird er angefeindet, für andere wird er zu lebenden Legen. Krass, war eigentlich der erste virale Motherfucker auf YouTube in Deutschland, ne? Auch über die Grenzen des Internets hinaus. Gegenüber den Frauen ist ein bisschen respektlos, aber ist seine Meinung, kann man vertreten. So. Dann wird es plötzlich still um den Assi. Okay, zwei Jahre lang tüftelt er an seinem nächsten Geniestreich. Und dann ist er zurück. Ja, servus Leute, ich bin zurück. Euren Assi Toni. Doch kann er seinen Hype... Nee, nee, Bruder, Vibe ist weg, du hast nicht gemerkt. ...aufrechterhalten? Dazu sofort mehr. Online wirst du nicht nur mit dem ein oder anderen Internetproleten konfrontiert. Get rich or die trying! Die Glatze langer Karl-Essinger, ich küsse deine Zirbeldrüse. Es gibt schädliche... Bruder, alle meine Homies werden eingeblendet hier, ich küsse deine Zirbeldrüse. Obwohl, Karl driftet auch gerade in eine Richtung, die ich nicht fühle. Bab-Werbungen, unsichere WLAN-Netzwerke und gefährliche Websites. Hier kommt NordVPN ins Spiel. Bei NordVPN gibt es einen... Die Wahrheit meldet sich Toni aus seinem... Ich würd mich nicht wundern, wenn mein Treppenhaus-Video auch noch hier eingeblendet wird. Vertical zurück. Mach erstmal die Basics, Bruder. Mach erstmal die Basics, Bruder. Allassi hat sich neu erfunden. Er ist jetzt Rap-Künstler und will mit lyrischen Werken brillieren. Babam Volume 1 heißt sein Album. Es hat stolze 18 Tracks und kommt im Mai 2008 auf den Markt. Dafür hat Toni sogar... Kernassi Productions. ...eigenes Label gegründet. Kernassi Productions. Geht auf kernassiproductions.com und haut euch die Scheiße rein. Für aktuelle weitere News geht ihr auf offenbach. Ajo, bro. ...de. Peace out, das war's, ich bin draußen. Er hat ein neues MySpace-Profil. Gemeinsam... MySpace, die Geek. Krass. Boah, MySpace hab ich Stunden verbracht damals, um die Page geil zu machen. Mit Musik einblenden. So ein kleiner Player an der Seite. MySpace, bruv. Krass. Digga, das war damals heftig. Businesspartnern von Kernassi Productions bringt er Merch auf den Markt. Toni ist mutmaßlich der erste deutsche YouTuber, mit dem Masterplan, seine Reichweite zu nutzen, um später Musiker zu werden. Damit hat er Größen wie Apo Red, KS Freak und Hey Moritz den Weg geebnet. 2012, ich hab einfach einen Kanal erstellt, ohne Witz. Aber kann der Vollassi noch einen draufsetzen? Kann er mehr als nur... Krass, der war schon Vorreiter in vielen Hinsichten. ...körperfrei, maßlos, sexistisch sein? Wird er mit seiner Musik an den Erfolg von die Wahrheit anknüpfen können? Den Erdbeer-Touch, den Erdbeer-Touch. Nee, nee, auf keinen Fall. Nein. No. Nee. Das Al... Weib ist weg. ...floppt. Doch Asi Toni hat noch ein Ass im Ärmel. Ein Assi, könnte man sagen. I will see myself out. Er ist mittlerweile bestens vernetzt in der deutschen Medienwelt. 2010 lässt er seine Connections spielen und wird in einer Arte-Doku gefeaturet. Nawalny vom renommierten Regisseur Daniel Roja gilt für... Boah, Digga, hätte der ein bisschen intelligenter gemacht, dann hätte der wirklich was draus machen können, so, ne? Krass, Alter. ...aktuell als beste biografische Dokumentation. Wir... Muss mal überlegen, ey, mit einem so einem Video einer der ersten Leute auf YouTube, der viral gegangen ist, so. Aber ist natürlich klar, wenn du einer der ersten bist, dann weißt du auch nicht richtig, was zu tun ist, Digga. Weißt du? Zwei BG würden gerne Vollasitoni vom Arte-Format Europe ins Rennen schicken. Europe war ein TV-Magazin für die jungen Leute, die coolen Kids, die Punks und Emos und Rap-Fanatics und alle dazwischen. Ziel war es, sich auf die durch das Internet veränderten Medien-Nutzungsgewohnheiten der 25- bis 35-Jährigen in Europa einzustellen. Deshalb auch der Name mit dem genialen Wortspiel. Denn in Europe versteckt sich natürlich auch ein You und deshalb solltest du persönlich... Sprachlich wird hier jedenfalls komplett in der Lingo der Youth in den Beitrag eingeleitet. Hallo Europe! Was geht ab da draußen, Alter? Folge... ...oder einfach nur alles? Bombe! Und Schnitt! Würde ich sie tatsächlich und ernst gemeint... Boah, cringe dein Vater, ja? So begrüßend würden sie sich wahrscheinlich fragen, ob ich an der Quelle des Proletentums genippt hätte. Gekonfort... Bruv, wenn es authentisch rübergekommen wäre, dann ist es auch wieder anders, weißt du? Eine Surprise vom Knorken-Arte-Moderator, dem... Dit is Knorke, Digga, Knorke, Digga, wer kennt das Wort noch? ...wegen würde ich am liebsten einen Faust-Checker für seine hippe Sprache geben, Alda. Aber nachdem cool easy Proletentum gedroppt wurde, muss der jung gebliebene Fernsehjournalist das natürlich auch locker und flockig erklären. Prols sind heute zumindest in den Medien salonfähiger als je zuvor und jede soziale Schicht hat dabei die Prols, die sie zulässt. Wobei, mit dem Ursprung des Wortes... Hier ein gelungener... Bin ich auch ein Prol, Freunde? Oder nicht? Spiritueller Prol. Dun... Ski! Smoother Kamerawechsel. Dann schmeißt der Moderator sich noch förmlich mit dem ganzen Körper ins Wort Ursprung, hebt sogar jugendlich ein Bein an. Ist das noch Arte? Oder sind wir hier mitten auf einem Pausenhof gelandet? Wobei, mit dem Ursprung des Wortes, dem Proletariat natürlich auch heute vor allem die Unterschicht oder das bildungsferne Milieu, wie man es ja so schön bezeichnet, gemeint sind. Das bildungsferne Milieu, wie man es so schön bezeichnet, wird besonders von Vollassis wie Toni angesprochen. Entsprechend wird er in dem Arte bei... Prol mit Herz am richtigen Fleck, fühl ich. Leon, mein Bro, ich küsse deine Zirbeldrüse, bin zum ersten Mal in deinem Stream, hab dich bei YouTube gefunden. Liebe geht raus, bruv. Muchas gracias, Digga. Danke für deinen Support, Brodi. Bild der Vollassi-Bewegung porträtiert. Es gibt einen ausführlichen Einblick in den Alltag eines Prolts. Servus, ich bin's, der Assi, Toni. Wir sind ja hier am Wilhelmsplatz. Wir gucken mal, was heute Abend so geht hier in Offenbach. Bis gleich. Ich glaube, ich hab dem Wort Assi noch so ein bisschen Flavor gegeben. Der hat schon eine einzigartige Stimme auf, ne? Der hätte einen Podcast starten sollen. So, in Offenbach, also, bin ich schon der Reiser. Einfach Podcast, Digga. Direkt weitermachen, so. ...sich ein Assi, also in freier Wildbahn. Faszinierende Doku, die natürlich auch Oscar-reif abmoderiert werden muss. Sie wollen doch gar... Aufgehört zu pumpen wahrscheinlich. Zu viel gesoffen. ...tiert. Noch mehr laute Gedanken von Toni zum gesellschaftlichen Problem Nummer 1. Der Frau hören. Nur zur Sicherheit, das war ein Scherz. Etwas rollig, aber damit passe ich prima in diese Sendung. Some pretty intense cringe here, guys. Dass die Arte-Doku einer der letzten öffentlichen Auftritte von Toni sein würde, hätte damals wahrscheinlich niemand gedacht. Der Assi zieht sich zurück. Für eine lange, lange Zeit. Seitdem ranken sich viele Mythen um sein Verschwinden. Irgendwann beginnt ein Gerücht zu kursieren. Toni, sei tot. Echt? Der Vollassi lebt. Auf Facebook meldet sich der Vollassi irgendwann zurück. Man könne ihn künftig für Junggesellenabschiede und Partys buchen. Und auch wenn seine... Der Arme, Bro. ...ann hat Karriere vielleicht... Ist halt auch eine Sache, die nicht einfach ist, ne? Wenn du mit deinem ersten Ding dann oft so heftig viral gehst und dann versuchst, daran anzuknüpfen. Schwierig, Decker. Schwierig. Ende ist, lebt die Legende online weiter. Jungs, tut mir allen gefallen. F*** ja nicht ohne Covid. Immer noch, oder was? 2019, lecker heftig. Wohin, Brümmi macht mir Spaß. Toni hat einem Haufen weiterer Online-Proleten... Bruder, die blenden einfach Karl S., Andrew Tate und Matthäus direkt hintereinander ein. Ja, jo, Bruder. Wohin, Brümmi macht mir Spaß. Toni hat einem Haufen weiterer Online-Proleten den Weg geebnet. Guck, was denn das ist hier, Alter, der Kanal hier. Und Analysen von... Du hast doch keine Ahnung, Alter. Ich will nicht wissen, was dir schon alles... Brokexperten war Toni seiner Zeit schlichtweg voraus. Wenn Assi-Toni heute an den Start gehen würde, der Typ würde sowas von durch die Decke gehen und er würde diese Reichweite monetarisieren können und hätte... Sorry, Alter. ...heute ein Millionenbis ist... In Onlineforen wird bis heute diskutiert, ob Assi-Toni recht hat oder nicht. Und er wird von unglaublich peinlichen Flirtschwurblern als erster Prophet der Red Pill gefeiert. Dafür habe ich auch sein Video hier etwas vorbereitet, um seine Aussagen vor allem genauer zu analysieren. Er war der echte Top-G. Wie sehr die letztendlich auch mit der Realität übereinstimmen. Stell dir kurz vor, du bist der Dude, der komplett unironisch vor einem Stock-Footage-Matrix-Screen-Screen hockt, um pseudo-intellektuell in Slowmotion zu erklären, warum Voll-Assi-Toni recht hat. Die Frau... Krass, geil, der hat darauf reagiert, sagst du? Ja, wenn es jetzt hier um einvernehmlichen Bunga-Bunga geht, immer, dass der Mann auch hier diese dominanten Aspekte bedient. Einvernehmlicher Bunga-Bunga, alles klar, Klaus. Oh, der mit Abstand beste Kommentar unter dem Video ist von Michael mit zwei... Oh, jetzt geht der mir ein bisschen auf den Sack hier, der Kanalhersteller, sag ich dir ehrlich. ...130 Likes und Herz von Klaus. Als ich den Tony damals das erste Mal gesehen hab, ich konnte es nicht glauben, was er da erzählt hat. Ich dachte damals, er spricht nur eine Minderheit der Frauen an. Damals war ich sehr jung und hatte null Erfahrung mit Frauen. Nun, mit 39 verstehe ich ihn 100%. Ich fand ihn damals mega unsympathisch und jetzt super sympathisch für seine Ehrlichkeit. Ich meine, das Beispiel von meinem Nachbarn sollte euch alle eigentlich mal zum Denken geben. So, weißt du, wie ich meine? Ich sag dir ehrlich, wenn du nicht Red Pill bist in der heutigen Generation, dann wirst du früher oder später richtig hops genommen von Frauen. Es ist einfach so. Sorry, wenn ich das so hart sagen muss, aber es ist so. Du musst ein Bewusstsein dafür haben, wie Frauen funktionieren. Das ist voll wichtig heutzutage, ich schwör's dir. Sonst bist du als Typ am Arsch. Weil am Ende dir glaubt auch keiner und keiner steht mehr hinter dir. Es ist einfach so. Dieser Moment, wenn du als Teenager frischer im Kopf warst als mit 39. Und der Kanalersteller wird auch nicht... Mich würde mal wissen, ob der Kanalersteller... Also der hier, der das Video erstellt hat, so. Ob der eine Beziehung hat, wie dem seine Beziehung aussieht und mal seine Geschichte, Historie mit dem anderen Geschlecht mal aufarbeiten, so. Boah. Was würde passieren, wenn... Das würde mich jetzt mal interessieren, so. Ob der auch einer von den Kandidaten ist, der auf die Knie geht vor seiner Frau und sich dafür entschuldigt, dass er ein Mann ist, so. Ja, die Jungs gibt's heutzutage. Voll-assi-Tony. Genau dasselbe Video heute hochladen würde. Würde es einfach wieder viral gehen? Safe. Noch mehr. Würde es direkt gecancelt werden? Auch. Wäre er der deutsche Andrew Tate mit... Ist er doch. Massiven, einflussreichen Following? Wir wissen es. Naja, nee. Auf keinen Fall, weil er das nicht richtig dann weitergemacht hat, so. Weißt du, wie ich meine? Wenn er das intelligenter machen würde, dann eventuell. Aber das, was er im Nachhinein nach dem Video gemacht hat, so. Du musst ja viral gehen und dann intelligent genug zu sein, so wie Andrew Tate. Du musst ja auch dich vernünftig artikulieren können und gute Punkte haben und andere Themen aufgreifen und so. Also ich sag dir ehrlich, so ein Andrew Tate, so zu reden, das habe ich auch gestern gesehen bei dem Fresh and Fit Podcast, so. So zu reden wie ein Andrew... Also dass sogar Myron neben dem halt wie ein BG aussieht, so. Weißt du, so zu reden wie der, dieses Charisma zu haben und die Dinge so gut auf den Punkt zu bringen und vor allen Dingen auch noch über Politik und über diese ganzen Sachen dich gut auszukennen und gut artikulieren zu können und so, das ist, Bruder, das ist, das gibt's nicht oft. Das ist schon ein heftiges Level, Digga. So oder so, der Vollassi hat uns 2006... Also das ist nicht umsonst so, dass es zu der Zeit der meistgegoogelte Mann der Welt war so. Das hat Gründe. ...zufall gezeigt, zu was das Internet in der Lage ist. Ein unbekannter Dude ohne besonderes Talent wird vom Sofa aus auf einen Schlag berühmt. Ein Star mit Reality-TV-Charakter, da mit und über den die Masse wochenlang lachen konnte. Und ein roher Sexismus, der einigen besonders klugen... Schon wieder ein Matteo, Digga, ich küsse... ...Menschen bis heute... Digga, das Video muss ich dir mal rüberschicken. ...aus der Seele spricht. Auf unsere Interviewanfrage haben wir bisher leider keine Antwort erhalten. Boah, Digga, soll ich den mal einladen? Bis dann, bis auf, das war's, ich bin draußen. Ich küsse dein Herz. Äh, ja. Lustige Geschichte auf jeden Fall. Wild. Wild. Weiß ich nicht, ob ich das hochladen werde bei YouTube so, aber wenn ja, dann... ...lasst eure Gedanken dazu unten in den Kommentaren da. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Peace out. Peace out. Untertitelung des ZDF, 2020